Alter! Boah, ich will das nicht spielen. Ich hab jetzt schon Schiss, da rein zu gehen. Oh! Oh, oh, fuck! Oh, fuck, Brookie! Ich weiß gar nicht, um was in dem Spiel geht. Ich bin doch mal richtiger Schisser. Geisterjagen. Geil. Aber ich auch. Alter, ich will das nicht spielen. Ich hab jetzt schon Schiss. Nee, das ist Tutorial, Leute. Das ist gerade Tutorial. Ja, hallo. Alter, hab ich mich erschrocken. Brookie, kannst du nicht machen. Ich klopf hier an der Tür und da kommt... Ja, moin! Und wenn du Angst hast, dass der Chuck nass wird und deswegen den Chuck zumachst wieder, nachdem du rausgelaufen bist, dann fährst du los übrigens. Warum soll ich denn Angst haben, dass der Chuck nass wird? Ich kann die nicht nehmen. Ich hatte Schiss dabei. Alter, das ist... Okay, das ist der Briefkasten. Ah, jetzt geht's auf. Du sprangst wieder, oder was? Ey! Boah, ich will das nicht spielen. Ich hab jetzt schon Schiss, da rein zu gehen. Dein Untersuchung hast du etwa 5 Minuten Zeit, bevor dein Geist aggressiv wird. What the fuck? Wer hat die Tür zugemacht? Leute, irgendwer hat die Tür zugemacht. Ich krieg die scheiß Tür nicht mal auf. Ich will mich jetzt nicht umdrehen, Alter. Ich will das nicht spielen. Warum hab ich mich darauf eingelassen? Oh, Mann. Ist da jemand? Ne, ne? Stellen sie die Videokamera im Geisterraum auf. Das hat nicht geklappt. So, passt schon. Mal schnell raus hier. Die Kamera... Muss ich da hinten nochmal rein? Och, nee. Oh! Nee! Ey, ich kann das nicht spielen, Leute. Mann, ich lass dir jetzt einfach das Tutorial spielen und dann spiel ich gleich mit denen. Ich kann das nicht alleine spielen. Gleich wieder da. Du fürchte dich. Alter. Was war das? Was war das, Leute? Ich hab gar das Headset abgehör... Irgendwer hat geredet. Oh, Levi hat reingedonated, du Arschloch. So, fotografieren sie dreckiges Wasser. Lassen sie ein Team mit den Zeugen des... Gibt die gar nicht, oder? Nee, du machst das schon, Wilkie. Lassen sie die Zeugen mit den Zeugen... So fancy. Was? Ich bin einfach mit dem Kopf durch den Schrank packst bei mir. Ich hab mich mehr erschrocken. Ich hab mich mehr erschrocken, als ich dich erschrecken wollte, Alter. Jo, Wes, was machst du denn da? Gibt's dir gut? Äh... Kann man das auch mal finden? Guck, Junge, der Ecke im Les steht einfach über dem Waschbecken gebeugt, Alter. What the fuck? Hast du das? Nee, das war ich nicht. Hier sind Knochen. Knochen hier. Knochen. Oh. Warte, lass mich ein Foto machen. Geht weg. Lass doch mal das Auto jetzt in Ruhe. Sind wir das? Nee. Drückte da drauf? Nein. Ich hab grad draufgeklickt, damit's ausgeht. Kutcha? Geht mal weg mit den Taschenlampen, damit wir hier... Ne, nicht immer. Das ist unterschiedlich. Habt ihr's gehört? Er hat uns geredet. Hello? Wie heißt du? Gib uns ein Zeichen. Hat jetzt gesagt. Habt ihr gehört? Frag ich mal, ob er eine Frau ist. Ich guck mal im... Ich guck mal die Kamera an. Ist sie eine Frau? Thomas Wilson, stell dich mir! Thomas Wilson, komm her! Komm her, stell dich mir! Die Tür zu, mach die Tür zu! Lass mich alleine mit dem! Thomas Wilson, komm her! Komm her, Thomas Wilson! Hier ist ein Kruzifix und du kannst mir gar nichts, Thomas Wilson! Gar nichts kannst du mir! Komm her! Thomas Wilson! Oh Gott! Zeig dich! Zeig dich, Thomas Wilson! Sag mal, geh raus! Thomas Wilson! Thomas Wilson, komm! Komm her, Thomas Wilson! Ich hab keine Angst vor dir! Zeig dich! Zeig dich! Nicht, hey! Komm sofort her! Komm her! Komm her und zeig dich! Komm her, Thomas Wilson! Ich hab deinen Namen so oft gesagt, wie deine eigene scheiß Mutter, die ich gesagt hat! Und ich fick dich komplett weg mit meinem Kruzifix in dein Arschloch rein! Ruhigen Sie sich! Thomas Wilson, komm jetzt her! Komm! Ruhigen Sie sich! Hast du Angst, ne? Hast du Angst, ne? Hast du ein bisschen Schiss jetzt, ne? Willst du mich nicht jagen? Vielleicht? Siehst du meinen Atem? Ich hab keine Angst vor dir! Ja! Hast du die Quäste erfüllt? Hab ich irgendwas besiegt oder so? Nein! 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 Siehst du, ne? Oh! Oh fuck! Oh fuck, Mookie! Ja! Ja! Wo? Hier ist... Hier ist ein Kruzifix! Ah! Hilfe! Hilfe! Hier ist ein Kruzifix! Hier ist ein Kruzifix! Ich lau! Hier ist ein Kruzifix, hier... Es war so klar, dass ich sterbe, Leute! Es ist so klar, dass ich sterbe! Alter, was ist das für ein Geräusch? Azer? Vor Gott! Die Gott! Wat de fuck? Hier liegt Kruzifix! Ich hasse den... Leute, ich glaube, Brücki hat Kruzäume gebracht! Hier ist... I don't know. Ich hab doch... Ich hab doch ein Crucifix. Ich hab ein Crucifix... Ach, dann nicht. Oh, der ist hinter dem! Ach du Scheiße! Der ist hinter mir! Ich muss rennen! Wir müssen laufen! Wir müssen laufen! Da war jemand! Nicht zu. Er ist auf Platz. Er ist auf Platz. What? Aaaaaaah! Ach, der ist jetzt ein Geist. Na gut. Es tut mir einfach so leid. Er stirbt halt für meine Sünden. Und aber auch ein bisschen für die Sünden von Thomas Wilson. Thomas Wilson! Ich bin sofort, dass du von Gott Rechenschaft ablegst! Warum hast du Kutscher getötet? Warum hast du Bess getötet? Warum? Thomas Wilson! Du schlechter Mensch! Du bist ein schlechter Mensch! Du bist ein schlechter Geist sogar! Ein schlechter Geist! Gott schämt sich für deine Existenz! Meiner auch! Hilfe! Halt! Bleib stehen! Ey, macht auf! Ja, Schlöcher! Geist! Ich bin kein Mensch! Junge! Kau! Ich bin kein Mensch!